Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde MarketWarnTub. Hallo an alle lieben Clubmitglieder, an alle Gäste. Wir werden uns jetzt einmal ansehen, was so aktuell am Markt los ist, was hat uns die letzten Wochen bewegt. Wir haben neue Allzeithost, wir haben Zinsentscheidungen und wir haben auch ein bisschen was los in Aktie1 in News. Wir gehen aber das ganze mal Stück für Stück durch. Hallo in die Runde, genau, hallo, hallo. Und ja, wir starten mit dem Thema Übersicht. Und ich habe es gerade angesprochen, DAX und Dow auf neuem Allzeithoch. Gucken wir gleich direkt in die Charts rein. Fett mit Erwartungen auf Zinssenkungen. Auch da kann man sagen, hat sich eigentlich das ein bisschen bestätigt, was schon vorher gesagt wurde. Ich sage so ein bisschen, ein bisschen, weil tatsächlich im Markt schon sehr, sehr viel eingepreist ist und teilweise sogar ein bisschen mehr als das, was in den ersten Meetings hier gesagt wurde. Die EZB hat eigentlich jetzt mal gesagt, dass sie noch nicht den Gedanken verschwendet hat in Richtung Zinserhöhungen, in Richtung Zinssenkungen, um genau zu sein. Das bedeutet, dass man die Zinsen gerade erst mal so in der Richtung hält. Okay, wir erhalten sie erst mal eben und wollen sie weder in kurzfristiger Zukunft erhöhen noch senken. Allerdings sieht der Markt das so ein bisschen anders. Und auch da blicken wir drauf, denn auch da wird einfach eingepreist. Egal, was dort gesagt wurde, die EZB wird bald die Zinsen senken. Im Kern hat das dazu geführt, dass der DAX auf einem neuen Allzeithoch gewesen ist. Wir sind über die 17.000 Punkte Marke geschossen. Ganz kurz und knapp, man sieht es hier an diesem kleinen Zipfel oben. Allerdings sind wir kurz drüber geschossen, sind aber daran abgeprallt, was so in vielerlei Hinsicht auch zu erwarten war, weil 17.000 wirklich so eine absolut magische Grenze war. Man ist sogar wieder deutlich ein ganzes Stück runter auf 16.650 gerade. Man sieht es hier unten so ein bisschen ticken. Ein Tick wieder hoch. Das bedeutet also, wir sind gerade so auf einem etwas leicht höheren Niveau. Am Kerngedanken her muss man sagen, dass wir seit diesem Montag, den ich hier markiert habe, einige Tage etwas hochgelaufen sind, im Kern wieder runter. Wie gesagt, Zinssenkungen waren eigentlich ein Thema, Industrieproduktion auch weiter ein Thema. Aber grundsätzlich wird die Stimmung ein bisschen positiver. Wir gehen nochmal ein Stück weiter und gehen in Richtung Bundesanleihen. Zehnjährige Bundesanleihen, man sieht es hier, die sind nämlich weiter gefallen. Ich habe es gerade eben mal so ein bisschen angesprochen. Es geht so in die Richtung, dass man gesagt hat, hey, die Zinsen werden nicht weiter gesenkt. Allerdings hat man das nicht so richtig für voll genommen. Man hat einfach gesagt, doch, doch, die senken die Zinsen weiter und das sieht man auch hier. Ich gehe mal ein bisschen hoch, dann sieht man auch unten den Verlauf etwas deutlicher. Denn dann sieht man wirklich, dass wir in diesen Tagen deutlich runter sind und aktuell an dieser 2%-Marke wirklich hängen. Und diese 2%-Marke ist zumindest im Rahmen dieser Anleihenrenditen relativ kritisch, wenn das ist die nächste starke Unterstützung, muss man sagen, um diese Renditen weiter oben zu halten. Allerdings werden hier natürlich nur die Renditen abgebildet. Man muss immer das Gegenspiel zu den Anleihen sehen. Die haben da einen etwas weniger starken Widerstand auf der Kehrseite. Aber man muss sagen, 2%-Ziel ist gerade so ein bisschen das, wo die Bundesanleihen hinschauen und das auch eingepreist mit weiteren Zinssenkungen, die dann in Zukunft kommen. Also man sieht hier doch einen deutlichen Abfall ausgelöst, natürlich insbesondere aber durch die FED. Was war beim S&P 500 los? Sieben positive Wochen in einer Reihe, kann man sagen. Also wir sind hier wirklich deutlich, deutlich bergauf geschossen. Von diesem Tiefpunkt 4100, zumindest dem jüngsten Tiefpunkt, muss man so sagen, war ungefähr so die Maischwelle, kann man sagen. Auch hier durchgebrochen durch diesen Widerstand hier oben, ausgelöst durch die positiven Nachrichten in Richtung FED. Man kündigt hier an, dass es halt ungefähr drei Zinssenkungen im nächsten Jahr geben wird. Der Markt tendiert tendenziell schon eher zu eher fünf Zinssenkungen. Also man erwartet hier aktuell ziemlich rapide Zinssenkungen. Man muss dann wirklich schauen, was wird kommen. Aber dass die FED das schon mal ausspricht und in die Richtung tendiert, beziehungsweise Teile der FED, muss man ja immer sagen, Teile der FED-Member, also Teile des Beraterkreises und des Entscheidungsgremiums, haben etwas in dieser Richtung angedeutet. Also Zinssenkungen hier weiter im Fokus. Und auch mal wieder positiv für alle, die in kleineren, in Small Caps auch investiert sind. Insbesondere auch hier im Blick auf die USA. Das hier ist der Russell 2000, der hier einmal abgebildet ist. Und der Russell 2000 ist insbesondere dafür bekannt, dass er halt die 2000 kleinsten Unternehmen des Russell 3000 abbildet. Das bedeutet, er hat wirklich kleine Small Caps hier drin. Und diese Small Caps sind immer sehr, sehr sensitiv. Jetzt muss man an der Stelle sagen, dass das hier noch nicht das richtige Bild ist. Denn das ist das hier, wovon ich gerade gesprochen habe. Das heißt, wir sind hier wirklich eine ganze Ecke nach oben. Was wir ja hier sehen, wir sind eine ganze Ecke wirklich nach oben gelaufen und über diese wichtige oder hängen jetzt wieder vor dieser wichtigen Stelle von 2000 Punkten. Wir schießen also, wenn es gut läuft, aus diesem Korridor mal raus. Und das liegt einfach so ein bisschen daran, dass man natürlich auch sehr stark profitiert, wenn man ein kleines Unternehmen ist, was jetzt wieder in einem etwas günstigeren Umfeld aktiv ist. Das heißt, man kann sich günstiger refinanzieren. Man hat wieder vielleicht ein besseres Umfeld auch dort, wo man sich selber besser vermarkten kann, weil das Geld wieder günstiger wird. Und das sind alles Themen, die sehr, sehr spannend sind für kleine Unternehmen. Das hier Russell 2000 plus 6% in der letzten Woche. Und jetzt gehe ich nochmal in die Grafik, die wir gerade eben gesehen haben. Denn das war der Dow Jones. Und der Dow Jones ist hier wirklich auf einem neuen Allzeithoch, hat hier diese wichtige Schwelle bei um 37.000 Punkten gebrochen, nach oben durch. Und ja, schwelgt jetzt quasi hier auf seinen neuen Höchstständen. Und das natürlich auch sehr, sehr positiv. Das heißt, Dow Jones eher die etablierten Unternehmen, auch die haben profitiert. Also man kann grundsätzlich sagen, fast alle haben in der letzten Woche sehr stark davon profitiert, dass die FED diese Worte ausgesprochen hat oder dass FED-Member diese Worte ausgesprochen haben. Und alle hoffen quasi auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Das trifft zum einen die kleineren Unternehmen, die wir hier am Russell gesehen haben. Aber es stützt halt auch die größeren Unternehmen, die alle auf ein etwas besseres Zinsumfeld hoffen. Im Kern sieht man das auch in den 10-jährigen Treasuries, also in den 10-jährigen Staatsanleihen der USA. Dann sieht es hier, wir haben diese 200-Tageslinie nach unten durchbrochen. Also wir sehen, wir sind durch diesen positiven Impuls bei vielen, vielen Indizes und auch generellen Charts durch wichtige Schwellen gebrochen. Und das hat auch so vieles an Momentum in der letzten Woche ausgelöst. Wir sehen es hier, wir haben angefangen bei knapp bei diesen 4,2 Prozent, sind dann zum einen durch die 200-Tageslinie, zum anderen, man sieht es aber auch durch diese 4-Prozent-Marke, also zwei wichtige Schwellen quasi in einem hier durchbrochen. Und sind jetzt bei ungefähr 3,913 Prozent auf 10 Jahre und dementsprechend natürlich noch deutlich höher, als wir es bei der 10-jährigen Bundesanleihe gesehen haben. Allerdings hat man hier auch noch weiteren Luft quasi für Fall nach unten. Also wir sehen es hier, es kommen zwar noch mal ein paar Chartmarken, aber die sind alle weniger, weniger stark. Auch in Asien lief es mal ganz gut. Hang Seng gucken wir uns ja gerne an dieser Stelle einmal an. Und was wir im Hang Seng sehen konnten, ist, dass man mal einen Stimulus bekommen hat. Und hier auch seitens der Zentralbank, hier wurden quasi Milliarden an Krediten zur Verfügung gestellt. Und in Kombination auch hier mit den Nachrichten aus den USA, Nachrichten von der FEDS, hat man einen ganz deutlichen Schwung hier nach oben gesehen. Allerdings, man sieht es im langen Chartbild, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein aktuell. Aber es zeigt so ein bisschen, dass man in der chinesischen Regierung oder die Zentralbank halt bereit ist, ja doch wieder den Markt auch so ein bisschen zu stützen. Und dementsprechend ist auch die Hoffnung natürlich da auf weiteren Stimulus. Man sieht aber ein bisschen, das hat schon wieder teilweise etwas nachgelassen jetzt in den Tagen, die gefolgt sind. Also es ist nicht mehr ganz so diese Euphorie da. Also man ist nicht auf dem ähnlichen Pfad, wie wir es gerade eben in vielen anderen Indizes gesehen haben. Aber man hofft hier halt natürlich wieder, dass es den Aufschwung gibt, auch westliche Importe wieder zunehmen, dass die chinesische Wirtschaft stützt, dass der Immobiliensektor wieder gerade gebogen wird und dass man halt damit auch wieder ein bisschen Momentum gewinnt. Aktuell ja noch ein bisschen pessimistisch, aber mit Hoffnung kann man so sagen. Und etwas weniger spannend eigentlich ist es beim Nikkei gerade. Diese Range, die wir ja mal aufgezeigt haben, die ist immer noch intakt. Man hat es die letzten Wochen nicht geschafft, hier diese Chartmarke zu durchbrechen. Zuletzt gab es zwar wieder mal etwas positiveres Momentum, es ist aber alles sehr stark auf dem Fokus des Yen aktuell und damit auch ein bisschen die Frage, wie geht die Zentralbank damit um. Der Yen doch immer wieder, ja gerade in der Kernfrage, kriegt man wieder mal ein bisschen positiven Schwung rein, dass der an Wert wieder zunimmt. Wir haben es ja in den verschiedenen oder in den letzten Tagen, kann man so sagen, etwas gesehen oder in den letzten Wochen gesehen, dass man zumindest mal diese Richtung angezeigt hat. Allerdings ging es dann wieder in die andere Richtung. Ich hole mir gerade den Chart hier raus. Ich habe ihn mal parallel für euch aufgemacht, denn man sieht ganz gut, ja das ist so der Kern, worum es gerade auch beim Nikkei sehr, sehr stark geht. Also wir fahren hier in dieser etwas höheren Range. Es ging da mal bergab für quasi den Euro-Yen-Kurs. Das heißt, der Yen hat wieder deutlich an Wert zugenommen. Das freut die Japaner eigentlich ganz, weil man doch auf einem etwas kritischeren Niveau jetzt gelandet ist nach diesem sehr, sehr starken Anzieh über die letzten Jahre. Die Exporte und die Wirtschaft hat es zwar teilweise gefreut und wir sehen es ja auch im Yen, allerdings diese Abwertung der Währung ist natürlich im generellen Umfeld etwas schwierig, wenn man auch viel auf Importe setzen würde. Also man muss so ein bisschen versuchen, da die Mitte zu wahren und deswegen ist das hier gerade im Fokus und auch die Richtung, in die es hier gerade geht und dementsprechend auch hier die japanische Zentralbank weiter im Fokus. Das kann man so ein bisschen sagen zu den großen Indizes. Jetzt gucke ich mal gerade nochmal auf das, was ihr hier noch dazu beigetragen habt. Hans, wenn Japan einen Teil des Gennes nach Hause holt, wann es würde dann passieren? Man spricht schon seit 1990 davon, aber irgendwie steigt die Möglichkeit. Ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen richtig, muss man sagen. Und es spricht auch eigentlich im Kern genau die Frage an, die wir hier gerade versucht haben, so ein bisschen zu diskutieren. Denn natürlich steht im Fokus, dass Japan und das sieht man auch am Nikkei seit langer Zeit eigentlich in dieser etwas eher stärkeren Seitwärtsphase verharrt, nachdem es diese absoluten Hochs gab in der Vergangenheit und hat lange halt auch dafür gestanden, dass der Yen sehr, sehr wertstabil ist. Und jetzt ist halt wirklich die große Frage, schafft der Yen das auch weiterhin in Zukunft? Wir haben halt hier eine ultralockere Geldpolitik, weil man auch so ein bisschen die Chance ja genutzt hat, ja die eigene Wirtschaft dadurch in Schwung zu bringen und dadurch so ein bisschen das Ganze zu befördern. Das könnte natürlich sein, dass man quasi die Devisen, die auch am Ausland sind, jetzt mal wieder zurückholt, um das eigene Geld quasi wieder oder den eigenen Kurs zu stärken. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie stark man das gerade tun will und wie extrem die Maßnahmen sein wollen. Man ist nämlich grundsätzlich, ist es nicht verkehrt, dass der Yen mal abgewertet hat, zumindest in der Richtung, dass man natürlich einen günstigen Kurs einfach nutzen kann, damit die Wirtschaft etwas in Schwung kommt. Einfach weil man natürlich günstiger exportieren kann, weil andere Leute günstiger japanische Güter kaufen können. Es ist aber halt so ein bisschen an so einem Knackpunkt. Und das haben wir gerade eben im Yen-Kurs gesehen. Man muss schon gucken, dass das richtig austariert wird. Und das wird auch weiter halt die Kernbotschaft sein, die diesen Aktienmarkt auch steuern wird. Wie entwickelt sich der Yen? Wie geht die Zentralbank vor? Ja und wie ist das Ganze auch im Rahmen von Zinsentwicklungen zu sehen? Spannender Fakt, Armin, absolut. Es kommt nämlich auch immer sehr, sehr stark darauf an, natürlich in welcher Währung man die aktuellen Kurse auch sich ansieht. Generell kann man sagen, dass die japanischen Aktien eher auf Niveaus gepreist sind mittlerweile, wie es in Deutschland so ein bisschen der Fall ist. Also deutlich unterhalb auch des US-Marktes. Und dementsprechend sind die Aktien tendenziell günstiger. Es kommt so ein bisschen darauf an, natürlich in welcher Währung ist das Ganze, findet das Ganze statt. Wir reden ja bei langzeitigen Investments eigentlich immer davon, dass sich das irgendwann meistens austariert, wenn man immer mal wieder regelmäßig investiert. Zumindest aus Sicht eines europäischen Investors jetzt. Das muss man aber sagen, und wir haben es gerade eben am Yen-Kurs gesehen, wir haben natürlich ja deutliche, deutliche Zuwechse bei der Währung gesehen. Und das ist jetzt der Wochenchart. Und das hat man halt schon eine etwas längere Zeit zumindest so nicht mehr gesehen. Wir sehen es hier um die Finanzkrisenzeit, aber es gibt immer wieder Schwankungen, aber irgendwie tariert sich das meistens in der Mitte aus. Und das ist jetzt auch hier die Frage, halt in welche Richtung das kippt. Steht im Fokus. Gucken wir uns gerne auch nochmal bei Zeit etwas genauer an, um auch jetzt die nächsten Entscheidungen hier wirklich mal weiter abzuwarten. Ich habe noch ein paar Grafik mitgebracht, die nämlich ganz spannend sind für alle, die jetzt sagen, okay, die Aktienmärkte, die schnellen ja gerade wieder in absolute Höhen. Woher kommt das eigentlich? Wer hat das gesehen? Wer hat das erwartet? Da muss man ganz klar sagen, so richtig im Kern gesehen, dass es doch so schnell geht, haben wahrscheinlich die wenigsten Banken und Analysten generell gesehen. Es gibt aber ein paar Grafiken, die das so ein bisschen zumindest unterstützen. Ich sage ein bisschen, weil am Ende will ich euch nochmal zeigen, wie teuer das teilweise noch ein bisschen bewertet ist. Man sieht aber ganz gut, dass halt viele wichtigen Indikatoren gerade in die richtige Richtung laufen, was das Thema Inflation und Zinsentwicklung betrifft. Und was wir hier sehen, ist die quasi Lohnentwicklung in den USA. Und man spricht ja immer gerne von etwas, was sich Lohnpreisspirale nennt. Und das hängt damit zusammen, dass man sagt, hey, wir in Deutschland kennen das gut, wenn mal wieder gestreikt wird und sehr, sehr hohe oder gefühlt zumindest hohe Beträge auch gefordert werden zu teilen. Ich will das jetzt gar nicht in den Kontext setzen, aber man sieht ja doch immer wieder, dass deutliche Lohnerhöhungen gefordert werden. Und die Kernfrage ist natürlich immer, okay, die Preise steigen, die Löhne müssen nachziehen, dementsprechend steigen die Preise wieder, dann steigen die Löhne wieder. Also das ist quasi der Kern dieser Lohnpreisspirale. Und was wir hier gerade sehen, in den USA hat die sehr, sehr stark angezogen, fällt aber gerade wieder. Und wenn dieses Momentum halt wieder abflacht, dann ist das ein guter Indikator, dass die Inflation auch in die richtige Richtung steuert, weil halt irgendwann dieses Momentum nicht mehr aufgehalten werden kann. Ist auch so ein bisschen ein Indikator dafür, dass es vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so rund läuft, wie es vielleicht laufen könnte. Aber für das reine Thema Inflation und Zinsentwicklung ist das zumindest schon mal die richtige Richtung. Und das führt so ein bisschen dazu, dass man halt grundsätzlich wirklich jetzt annimmt, dass es diese drei Zinsschritte gibt. Ich habe gerade eben angeguckt, nicht in teilweise den Märkten, werden schon auf vier bis fünf eingepreist. Es kommt auch so ein bisschen dran, welche Metrik man nimmt. Allerdings, was sehr, sehr spannend ist, ist, dass man eigentlich ja gehört hat, auch in der Sitzung der EZB, dass die Zinsen eigentlich gar nicht weiter gesenkt werden sollen. Oder zumindest, dass es noch gar nicht angedacht wurde. Nicht, dass sie nicht gesenkt werden sollen, sondern dass es nicht angedacht wurde. Trotzdem erwartet der Markt das ganz, ganz deutlich. Und das sieht man hier schön nach den Entwicklungen bis zum 15. Dezember. Denn was hier abgebildet wird, sind quasi die Erwartungen der Zinsschritte im nächsten Jahr. Also bis zum Juni 2024, um genau zu sein. Und da erwartet man ja in den USA drei Zinscuts, also Zinsschritte, Zinsrückgänge, um jeweils 25 Basispunkte. Das heißt 0,75 zurück, Prozent wieder runter. Und das Gleiche erwartet man tatsächlich aber auch in der Eurozone. Das Gleiche erwartet man auch bei der EZB. Und man sieht, es sind noch nicht ganz drei, sondern es sind eher so 2,7, 2,5. Aber man sieht, dass es im gleichen Momentum hier eigentlich gehandelt wird. Und da ist halt auch jetzt die große Frage, wie kommt es? Wie kommt es? Wie schnell kommen diese Zinsschritte? Man spricht ja insbesondere von denen ab Ende des ersten Quartales. Und da bleibt es einfach spannend. Die Fed hat das nochmal eher so ein bisschen bestärkt. Die EZB hat es eher nochmal ein bisschen heruntergeschraubt, diese Erwartungen. Und trotzdem wird aber beides im Kern so erwartet. Und wie gesagt, in einigen Märkten, wenn man jetzt aufs ganze Jahr blickt, werden sogar 4 bis 5 Zinsschritte auch fürs Gesamtjahr gesehen. Wen freut das? Muss man ja ganz klar sagen. Ja, die, die eigentlich hier Häuser verkaufen wollen. Denn was man hier gut sehen kann, ist, dass es noch, wenn man in den letzten 60 Jahre eigentlich zurückgibt, zumindest in den USA noch nie einen so starken Rückgang der generellen Häuserpreise gesehen hat für neue Häuser. Das bedeutet einfach, dass wir hier einen 20-prozentigen Anstieg hatten, am Ende der Niedrigzinsphase und das Ganze wirklich auf Höhen getrieben haben. Insbesondere ja auch während der Corona-Zeit, als viel Liquidität da war. Und das Ganze jetzt deutlich heruntergegangen ist. Und man sieht es ja, es hat sich fast im freien Fall befunden. Wird sich aber wahrscheinlich mit den Erwartungen, die wir gerade eben gesehen haben, hier auch so ein bisschen stabilisieren. Was ist noch passiert? Und es ist gerade eigentlich ganz spannend, muss man sagen, auf der Welt. Vielleicht nicht positiv spannend, aber es ist zumindest spannend, wenn man die News betrachtet und auch die generell makroökonomischen News. Denn was wir auch kennen aus der Corona-Zeit ist, dass wir extreme Engpasse hatten, was Containerschifffahrt betrifft. Das heißt, sehr hohe Preise aufgrund sehr, sehr viel Nachfrage und trotzdem gewissen Beschränkungen. Das heißt, dass Schiffe in Häfen fest saßen, das nicht schnell genug geliefert werden konnte, dass Containerpreise wirklich in absurde Höhen gestiegen sind und sie trotzdem bestellt wurden, weil der Absatzmarkt so gut war. Und was wir hier sehen können, ist so ein bisschen etwas, was in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung strebt zumindest. Denn aufgrund des Krieges hier in Israel und im Gazastreifen sehen wir, dass es immer wieder Angriffe gibt auf Schiffe, die durch den Suezkanal wollen. Und da muss man sagen, diese Schiffe sind insbesondere halt von pro-palästinensischen Truppen ausgeführt oder Verbündeten oder Kooperationen, würde ich jetzt mal sagen. Also alles, was sagt, sie wollen den Handel schwächen und auch den israelischen Handel schwächen. Und es gab halt vermehrt Angriffe in dieser Passage. Und das hat dazu geführt, dass jetzt die Schiffe, von den großen Rädereien zumindest, nicht mehr durch diese Passage fahren, sondern wieder die große quasi Route einmal ums Kap der guten Hoffnung quasi machen. Das sehen wir hier unten. Damit deutlich, deutlich länger brauchen. Also statt 19 Tagen sieht man hier eher 31 Seetage brauchen. Was dazu führt, dass natürlich weniger Angebot da ist, weil weniger schnelle Frachtraten geliefert werden können oder abgebildet werden können. Also selbst hier fährt man quasi einmal so die große Runde in Richtung Europa zumindest. Und da muss man ganz klar sagen, dass das doch wichtig ist für den Frachthandel und auch starke Auswirkungen haben kann. Und dementsprechend auch, ich hole gerade nochmal eine kurze Statistik für euch raus, die Aktien von vielen, vielen Rädereien beeinflusst hat. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, bevor ich jetzt gleich drauf gucke, war das eher positiv für die Rädereien oder eher schlecht? Ja, man könnte sagen, hey, die können nicht mehr liefern. Die können nicht mehr durch diese Passagen kommen. Das erschwert ja das Ganze, den ganzen Handel. Das heißt, das erschwert auch quasi die Marktentwicklungen dieser Aktien, weil am Ende der Fracht oder der Handel beschränkt wird. Was aber passiert ist, ist, dass die Aktien deutlich nach oben geschossen sind. Das sieht man hier unten. Sie waren natürlich auf etwas niedrigen Niveaus. Und warum ist das so? Ja, man hofft eigentlich wieder, dass wieder ein Effekt entsteht, dass marktweit höhere Preise genommen werden können, weil das Angebot ja gerade deutlich zurückgeht und dementsprechend man wieder höhere Umsätze erzielt. Und ja, die Aktien, kann man sagen, sind deutlich nach oben geschossen. Hier im Beispiel mal von Hapag-Leut gesehen, hier im Wochenchart. Ich zeige es euch gerne auch nochmal hier im Tageschart. Da sieht man das auch nochmal ganz deutlich, diese Bewegung, nachdem man halt verkündet hat, dass wirklich nichts mehr geht, gerade aktuell durch den Suezkanal und man die Schifffahrt außenrum nimmt. Ich zeige euch auch nochmal die weiteren Aktien-News und ich gehe gerne mal durch das los, was noch so rechts und links passiert ist, abseits der vielen Statistiken und Grafiken, die wir gerade eben gesehen haben. Moderna hatte mal etwas Positives, nachdem es ja gerade etwas schwieriger auch hier für die Aktie läuft. Wir haben es gesehen bei Pfizer, zu dem wir gleich noch kommen, die Absätze für die Covid-Medikamente, für die Impfungen und und und, die liegen deutlich auch unter den Erwartungen. Das heißt, man hat hier wieder weiter Ergebnisse, Ergebnisszahlen runterschrauben müssen. Das hat natürlich auch Moderna oder auch BioNTech getroffen. Aber jetzt gab es mal wieder vielversprechende weitere Studienergebnisse in Kombination mit Merck & Co. Das heißt, Hautkrebs war hier aktuell das Thema. Krebs und Onkologie, wisst ihr ja, ist bei Moderna sowieso ein wichtiges Thema. Und davon hat die Aktie jetzt mal wieder profitiert, plus 14 Prozent. Global ist auch einiges los bei Telefonica. Wir haben ja die letzten Wochen auch schon über die Telekom gesprochen. Wir haben auch schon bei AT&T gesprochen und Telefonica schließt sich jetzt so ein bisschen an, allerdings in anderer Richtung. Und zwar hat man hier sehen können, dass man auch in Argentinien aktiv ist und dort hat der Pesos ja weit, weit abgewertet. Also Währungen sind momentan auch ein Thema und dementsprechend möchte man hier auch weiter an Kosten sparen. Man möchte also wirklich massenhaft Arbeitsplätze entlassen. Man spricht hier von 5100 Arbeitsplätzen. Das ist ein Drittel der Belegschaft und das deutet schon sehr, sehr stark darauf hin, dass man sein Geschäftsexposure auch dort deutlich minimieren möchte. Und das hat den Aktionären zumindest aktuell nicht gefallen. Pfizer habe ich gerade schon angesprochen. Gewinne und Umsätze sollen deutlich zurückgehen. Also auch in 2024 ist man jetzt so ein bisschen skeptisch, muss man sagen. Allerdings spart man halt auch weiter Kosten ein. Das ist so der positive Aspekt. Man wartet hier wirklich auch auf weitere andere Medikamente, die jetzt dafür sorgen sollen oder dass man wieder auf einen etwas grüneren Zweig kommt und dass man wieder etwas positive Richtungen anstrebt. Die Dividendenrendite für alle Dividendenjäger liegt mittlerweile bei 6,1 Prozent. Aber natürlich muss man die Aktie hier nochmal kritisch betrachten. Oracle habe ich auch schon angesprochen in der letzten Woche, als wir über SAP gesprochen haben und die haben mal nicht so gute Quartalsergebnisse geliefert. Das Wachstum lag ja unter den Erwartungen, auch der Cloud-Bereich unter den Erwartungen, insbesondere auch das Cloud-Infrastrukturgeschäft. Also positive Gewinnentwicklungen, aber unter den Erwartungen und damit entsprechend eigentlich gegenläufig zu dem, was bei SAP passiert ist. Man muss aber sagen, natürlich ist Oracle noch so ein bisschen breiter und anders aufgestellt. Und wir haben News nochmal zu Adobe. Der Software-Konzern legte besser als erwartete Quartalszeilen vor. Allerdings war der Ausblick so ein bisschen ernüchternd für das Jahr 2024. Und jetzt muss man sagen, es gab ja diese belastende Übernahme des Konkurrenten Figma. Dort wollte man quasi eine Übernahme tätigen und ich hole mir gerade die Aktie hier hervor. Da sieht man nämlich ganz gut diese Bewegungen. Also hier gab es quasi Quartalszeilen, die nicht so positiv waren. Da musste man das so ein bisschen verdauen und da hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Milliarde Strafe zahlen, weil man diese Übernahme von Figma nicht durchführen kann. Dort ging es darum, quasi einen Konkurrenten zu übernehmen, der eigentlich gut ins Portfolio passt. Die Übernahme war allerdings zu teuer. Das hat vielen Aktionären nicht gefallen und dass jetzt bekannt wurde, dass diese Übernahme nicht stattfinden wird, hat dann doch wieder die Aktie etwas beflügelt, weil man sagt, ja, das sind 20 Milliarden, die man eigentlich nicht gut hätte platzieren können oder die einfach zu teuer waren. Und dementsprechend gab es mal wieder ein etwas positives Momentum. So, ich gucke nochmal gerade genau. Genau, Armin, das wird sehr, sehr spannend sein und das ist genau das, was die Redereien gerade auch sagen. Also Preise, Angebote, das ist das, was den Redereien gerade positiv hinzukommt. Dementsprechend gab es auch dieses Plus bei den Aktien. Jetzt muss man gucken, natürlich, wie langwierig ist das Ganze alles. Natürlich haben da auch viele andere Interessensgruppen ein großes Interesse, dass diese Passage eigentlich frei und genutzt bleibt. Das kostet natürlich auch Geld und Kapital. Dementsprechend sehr, sehr spannend, was da unten gerade passiert und auch international wird das Ganze natürlich weiterhin ein Thema sein. Es kommen noch weitere Ergebnisse. Es wird langsam weniger, aber es geht auch dann langsam wieder los, muss man auf der anderen Seite sagen. Es gibt noch ein paar große, große Player am Markt, die Quartalszahlen liefern. FedEx, Accenture, BlackBerry, Micron, also viele, die man auch wirklich kennt. Carnival mit Kreuzfahrtschiffe haben wir auch, glaube ich, im letzten Quartal jetzt mal drüber gesprochen. Die haben ja auch deutlich wieder zugelegt. Einen positiven Sommer gehabt, profitieren auch von sinkenden Öl- und Energiepreisen und auch davon wieder, dass die Beschränkungen eigentlich global fast wieder aufgehoben wurden. Dementsprechend sind das wieder Aktien, die deutlich nach oben streben gerade, aber natürlich ist da auch ein starker Fokus auf den einzelnen Unternehmen und je nachdem, wie sie halt performen. Nike, CarMax, also viele größere Unternehmen noch, die insbesondere in vielen verschiedenen Bereichen aktiv sind und so ein paar Indikationen für uns bereit haben. Dann gibt es aber natürlich noch so ein paar wichtige Wirtschaftstermine, Zinsentscheidungen, Bank of Japan, haben wir gerade eben darüber gesprochen. Da wird sich wahrscheinlich nichts tun. Da ist der Fokus tatsächlich gerade eher so ein bisschen auf dem Yen. Das ist aber natürlich, hängt das alles auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Ihr wisst das, kennt das Spiel ja. Wir haben Inflationsraten in der Eurozone, in Großbritannien und auch in den USA. Also Inflationsraten werden weiter spannend, geben weitere Indikationen und damit ebbt das Jahr dann auch so langsam ab, muss man sagen. Dann streben wir langsam in die Feiertage. Dann wird es auch wahrscheinlich noch etwas ruhiger an den Märkten werden. Weniger Marktteilnehmer, das hat aber natürlich auch immer so ein bisschen Überraschungspotenzial. Auch bei uns ist es die Woche schon etwas ruhiger. Donnerstag gibt es keinen Aktienroundup mehr und keinen Aktienwerkstand auch mehr, aber dafür heute nochmal den fünften Teil des Aktienbasiskurses. Danach machen wir einen ganz sauberen Break. Quasi ersten fünf Teile haben wir dann. Die nächsten fünf Folgen dann. Es gibt dann auch nochmal rechts und links ein paar Updates zu unserem Depot. Die werden wir heute Nachmittag dann euch präsentieren. 16.45 Uhr an alle Clubmitglieder. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Morgen. Wir haben Punkt 11 Uhr und noch einen guten Trading Tag. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.